Vis-à-vis zum Wendelstein trinkt der Olympiasieger Arndt Peiffer seinen Kaffee am liebsten. Während einer Radeltour hat der Biathlet die Kaffee-Rösterei Dinsler am Irschenberg entdeckt. Da sind wir 110 Kilometer gefahren oder so und dann hier oben nochmal vorbeigefahren und dann haben wir einen leckeren Kaffee getrunken. Also bei uns in dem Fall war es jetzt einfach so, dass wir den Arndt mal kennengelernt haben und den wahnsinnig sympathisch fanden und im Grunde hat uns das überzeugt. Noch dazu trinkt der Arndt gerne Kaffee. Inzwischen ist der Familienbetrieb Dinsler zum festen Partner des Biathleten geworden. Und Arndt, der wird durch die Partnerschaft zusehends zum Kaffee Gourmet. Ja, ich werde langsam dazu. Also ich habe auch, wenn ich dann für meine Familie mal einen Kaffee mitbringe, dann wird das schon viel diskutiert auch. Also der sollte bitte aromatisch sein, aber nicht zu sauer. Und die Bohnen sind so und die sind so und die sind eher für einen Vollautomaten und die für einen Siebträger. Und also man beschäftigt sich schon viel damit und ich glaube, das ist auch eine Leidenschaft, die mittlerweile sehr viele Leute teilen. Zum Irschenberg oder überhaupt auf den Berg geht der Olympiasieger aber nicht nur zum Kaffee kochen und Kaffee trinken. Sofern es sein Training zulässt, verbringt er hier auch gerne seine Freizeit. Ich gehe gerne mal einen Klettersteig. Letztes Jahr haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt, sind wir auf den Ortler gegangen, das war auch schön. Das heißt, wenn es geht, bin ich schon gerne draußen auch in der Natur und gerade auf dem Berg ist es schon angenehm. Am liebsten natürlich da, wo es nicht ganz überfüllt ist. Und das ist natürlich super, wenn man da die Möglichkeit hat, das am Wochenende ab und zu mal zu machen. Jetzt im April und bevor im Mai wieder das Training startet, hat der Biathlet die Zeit, genau das zu machen, worauf er Lust hat. Kaffee trinken, Kaffee kochen, in den Urlaub fahren und sich zu erinnern. Beispielsweise an seinen Olympiasieg. Also es war natürlich sehr aufregend. Es war ja das erste Einzelrennen und überhaupt das erste Rennen zu Olympia. Bei mir hat vorher nicht alles so hundertprozentig geklappt im Vorlauf. Also man hat ja immer so seinen Ablauf vor dem Rennen und bei mir ist ein Teil an der Waffe kaputt gegangen, eine Stunde vorm Start. Und da musste ich das noch tauschen. Und da gab es noch die ein oder andere Irrung und Wirrung. Aber das war im Nachgang vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich habe mir da nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Besonders schön war natürlich, ich war relativ früh im Ziel, als es dann immer klarer wurde, dass es am Ende gereicht hat. Damit habe ich ja nicht gerechnet und das Team hat sich sehr mitgefreut. Und das war schon ein besonderes Erlebnis. Der Sprint, der liegt mir schon am meisten. Ist natürlich auch ein Rennen, was relativ häufig stattfindet. Aber deswegen passt es für mich jetzt irgendwie rund. Weil ich meine, die meisten Siege im Weltcup auch im Sprint habe. Und wie du schon sagst, einmal Weltmeister war und dann erst mit dem Olympiasieg ist das für mich irgendwie so rund. Also es passt, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, in welcher Disziplin, natürlich ist das als Sportler ziemlich egal. Hätte ich aber trotzdem im Sprint genommen. Und dann, zwischen all den Kaffeebohnen und Röstaromen, kam sie doch noch, die Gretchenfrage. Schon Gedanken gemacht über die Zeit danach? So viel muss man vorwegnehmen. Thema ist das Karriereende derzeit noch nicht. Also ich habe da auch ein paar verschiedene Optionen im Auge. Zuerst werde ich natürlich mit meinem jetzigen Arbeitgeber reden, der Bundespolizei. Das ist schon Plan A. Und dann schauen wir mal. Und wenn ich da jetzt keine Perspektive sehen sollte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, noch mal ein Studium anzufangen. Aber vielleicht eher als duale Karriere. Im Mai geht es für Arndt Peifer wieder los mit der Weltcup-Vorbereitung. Bis dahin kann er ihn aber in aller Ruhe genießen. Seinen Lieblingscafé, den Espresso. Sie sind es.